Wir haben alle viel gegrübelt, wie wir das möglich machen können, dass wir uns treffen und trotzdem sicher und frei sind. Und da habe ich mir gedacht, verflixt nochmal, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass wir das trotzdem machen können. Und dann kam ich auf diese Idee mit dem Van, wo wir durch die Lande ziehen und euch, unsere lieben Partner, Kunden und Freunde trotzdem sehen, empfangen dürfen. Aber auch die Möglichkeit des Caterings zu haben, unter freiem Himmel, egal ob es regnet oder schneit. Viele sprechen ja momentan auch schon von dem Zoom-Fatigue, also dass wir einfach müde sind, Leute über den Bildschirm zu sehen. Wir spüren an allen Enden und Ecken, egal ob wir mit den Reisebüros sprechen, mit den Hoteliers, mit Journalisten, mit Maisagenten, mit Reise-, Verkehrsbüros, dass es wieder losgeht. Es war so eine gewisse Aufbruchstimmung da. Gerade für Social Media lebt mein Job ja von Gesichtern und dieses erste Aufeinandertreffen nach anderthalb Jahren, das war einfach so schön. Das Besondere an diesem Konzept war, dass wir die Brücke bauen konnten zwischen Van und Luxustourismus. Wir waren in Köln, dann waren wir in Düsseldorf, dann waren wir in Frankfurt, gefolgt von Hannover, dann ging es weiter nach Hamburg, dann waren wir in Berlin, dann ging es weiter nach München und dann waren wir noch in Zürich und last but not least in Weil am Rhein. Ja, es war auch mal was ganz Neues, Paul meinen Hund mit auf der Tour zu haben, weil er hat auch diese ganze Leichtigkeit unserer Reise begleitet und er war unser Maskottchen mehr oder weniger. Viele Gäste, Kunden, die besucht haben, haben schon Leckerlis mitgebracht. Er war voll Teil vom Team. Wie war denn die Venture für dich? Was ist Lobster für dich? In drei Worten. Mit dem Kontrast von diesen anderthalb Jahren Pause war das einfach wie so ein Feuerwerk an Emotionen. Die Venture war sensationell. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also wenn es um Katar ging, das Baby, was ich betreuen darf, der neuste Account von Lobster Experience, dann war das super spannend. Das Einprägsamste für mich auf der Tour war definitiv die Kundengespräche. Alle waren so motiviert. Ja, für mich war es ganz spannend mit Katar rauszugehen. Das ist das erste Mal, weil Katar ein sehr vielfältiges Land ist. Das heißt, die Kunden haben viele Nachfahren gestellt und es war für jeden was dabei. Lobster bedeutet für mich im Endeffekt das, was wir mit der Venture verkörpert haben. Spontan, jeder ist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Im Endeffekt waren wir einfach nur eine Familie. Ja, dieser wirklich sehr aufregende, emotionale und tolle Roadtrip hat uns auch als Lobster Team sehr viel Kraft und Energie gegeben. Und wir haben diese Kraft und Energie auf die Community übertragen und möchten das auch weiter tun, weil wir wissen, es war keine einfache Zeit und es ist keine einfache Zeit. Daher gilt es weiterhin kreativ zu bleiben, dran zu bleiben, nach vorne zu gucken und auf dieser schönen, emotionalen, kreativen Spur weiterzufahren. ... .. Vielen Dank.